Die Schlacht bei Dettingen vom 27. Juni 1743 zwischen Großbritannien, Kuh Hannover und dem Habsburgischen Haus Österreich einerseits und den Franzosen andererseits fand während des österreichischen Erbfolgekriegs im heutigen Karlstein in der Nähe von Aschaffenburg statt und endete mit einem Sieg der Verbündeten. Verlauf Im Juni 1743 lag die aus britischen, österreichischen und hannoverischen Truppen bestehende, rund 35.000 Mann starke, pragmatische Armee westlich von Aschaffenburg am Main. Ihre Kommandeure waren John Dylrimpel, Earl of Starr, Herzog Leopold Philipp von Ahrenberg, Feldmarschall Neiberg und General Ilten. Am 17. Juni stieß der britische König Georg II. mit seinem Sohn Wilhelm August, Herzog von Kamballen, zur Armee und übernahm de facto das Kommando. Da die etwa 70.000 manzählenden Franzosen unter dem Herzog von Noales die Nachschublinien der pragmatischen Armee bei Frankfurt am Main unterbrochen hatten, begann diese am 27. Juni den Rückzug in Richtung Hanau um dort erwartete österreichische Verstärkungen zu treffen. Als sich die Verbündeten dem Dorf Dettingen näherten mussten sie feststellen, dass der Ort von französischen Truppen besetzt war, die auf Schiffsbrücken den Main überquert hatten. Damit war die Marschstraße blockiert. Die französische Artillerie stand auf der anderen Mainseite und konnte bei einem Angriff in die Flanke der Verbündeten feuern. Gleichzeitig marschierte ein Teil der französischen Armee unter Noales auf der anderen Mainseite in Richtung Aschaffenburg, um dort den Fluss zu überqueren und den Verbündeten in den Rücken zu fallen. Die Verbündeten formierten ihre Truppen zu einer Gefechtslinie mit dem linken Flügel am Main, was von etwa 9 Uhr morgens bis gegen Mittag dauerte. Das Gefecht wurde durch die französische Artillerie eröffnet, die vom anderen Mainufer her die britische Kavalerie unter Beschuss nahm. Der Herzog von Gramont, Kommandeur der französischen Truppen in Dettingen, ging zum Angriff über, da er vermutete, nur die gegnerische Nachhut vor sich zu haben. Damit postierte er seine Soldaten zwischen der Artillerie und den Verbündeten. Nach einem zunächst ergebnislosen Gefecht warfen die Verbündeten einen französischen Infanterieangriff auf ihre Linien zurück, woraufhin die Franzosen sich über die Schiffsbrücken auf die andere Flussseite zurückzogen. Dies geschah offenbar in ziemlicher Unordnung. Eine der Schiffsbrücken brach zusammen, sodass eine größere Anzahl Soldaten im Main ertrank. Die Verluste der Sieger werden auf 3000, der Franzosen auf 4000 Mann geschätzt. König Georg II. nahm am größten Teil der Schlacht nicht teil, da sein Pferd durchging und er nicht rechtzeitig zurückkam. Zu den Teilnehmern auf britischer Seite gehörten auch James Wolfe und Geoffrey Amherst, die im Franzosen- und Indianerkrieg eine wichtige Rolle bei der Eroberung Kanada spielten. Folgen Die Franzosen zogen sich nach ihrer Niederlage über den Rhein zurück. Die pragmatische Armee setzte ihren Rückzug nach Hanau fort. Dass die Schlacht zu den Bekannteren des österreichischen Erbfolgekriegs gehört, liegt weniger im Militärischen, sondern daran, dass sie die letzte der britischen Geschichte war, bei der der Monarch persönlich anwesend war und Georg Friedrich Händel den Sieg zum Anlass nahm. Sein Dettinger Teideum zu komponieren, das am 27. November des gleichen Jahres im Gegenwart des Königs und des gesamten Hofstaates feierlich uraufgeführt wurde. Rezeption Zu Ehren des Sieges der österreichisch-britischen Truppen komponierte Georg Friedrich Händel sein berühmtes Dettinger Teideum. Siehe auch Liste der Kriege Liste von Schlachten Fußnoten Stefan Speicher Eine Welt ist nicht genug Hannover feiert die Georgianische Ära, in der eine deutsche Dynastie das britische Weltreich regierte. In Süddeutsche Zeitung 17. Mai 2014 17. 10.